hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren teil transport in zwei ja ich habe hier ein klitzekleines büro gebäude gefunden und das werden wir jetzt hier mal platzieren und nicht zu groß eine schnuckeliges büro gebäude nur die kleine lagerverwaltung drin das ist doch nichts denn das nicht alles so hundertprozentig klar ist aber das kann ich jetzt nicht mehr gerade machen sobald ihr die hat doch es geht noch das gebäude hier drauf aber ihr seht es jetzt schon einigermaßen gerade wie jetzt wenn ich hier hinten hinsetze muss ich da hinsetzen jetzt einigermaßen gerade jetzt natürlich auch so setzen so sieht es wirklich am besten aus auch ein leichtes gefälle aber egal so passt es da das können wir so lassen so jemand das kleine verwaltungsgebäude quasi für unser lager und hier müssen wir irgendwie noch einen baum wegreißen wegen busch das ist ja noch zu viel wo es ist in ordnung so jetzt können wir natürlich noch ein paar pkw sind stellen von nicht wird auf jeden fall noch einer stehen aber das er kommt von anderen firma der wird hier was anliefern und so sie stellen wir einfach ein anhänger von taxa hin ja einer von taxa und dann würde ich sagen kommen jetzt hier noch die muss jetzt wieder finde sind kann ich jetzt dann hier wieder so schön trappieren zentrallager oder außen lager je nachdem bin dicht beieinander hier fehlt mal einer dann können wir eigentlich den auch wieder wegreißen und da setze ich dann ein bezug maschine hin oder ich tue so als wenn der hier gerade das ist schwierig hier mit dem einpacken weil eigentlich wird die zugmaschine jetzt eingeknickt sein weil wir hier schon rum kommen du kannst ja von hier so reinfahren das könnt ihr vielleicht bedeuten weil die zugmaschine kannst du halt nicht an ein knicken das problem da fährt der intercity habach dran lang macht jetzt auch schon wieder alt er braucht auch mal wieder ein update auch bei zeiten so hier sind es natürlich dann noch ein paar autos ist ja klar käfer so warum nicht auf den käfer hin fährt 500 und dann kommt hier noch die drei hin nicht ein knall grün das sieht irgendwie nicht aus meinetwegen auch im grau gut aber das auch der packte ein wir können wir noch einen hinstellen wer hier gerade auch was an liefert so hinstellen das passt schon schön fällt mir doch eigentlich mal relativ gut ja doch das kann man so lassen wenn wir jetzt noch ein paar paletten hinstellen jetzt welche finden würden da sind sie ja getreide paletten so ein ticchen drehen so passen sie besser zur mauer im verhältnis sind die paletten natürlich riesig du den aha da sind also war sie x-size paletten oder dort man würde quasi jetzt nur noch fünf paletten auf dem auflieger kriegen so wenn da stehen das sieht eigentlich schon ganz gut aus hier hinten kann das durch so bleiben ihr könnt natürlich auch noch ein paar paletten hinstellen da stehen noch mal ein paar dahinten steht ja das braut das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus fällt mir wohl die fläche also ein bisschen leer ist kann man hier noch hinstellen da war denn noch so schön das wird haben wir noch so schön dass wir so viele sachen eine bank passt da nicht wirklich hin wüsste es jetzt aber auch nicht wüsste es jetzt nicht so wir können hier natürlich jetzt noch also mulden das passt jetzt hier auch nicht hin solche fässer könnte sirup drin sein oder sowas wir bilden uns einfach mal ein hier wäre sirup drin so was haben wir noch ne 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 eine mülltonne noch hin da können wir wie ich sagen stellen wir hier noch ein paar menschen hin ist so warm ist schon wie so eine hitze hier zum kotzen man rechner geht er ist nicht so warm so ähm ja stellen wir hier zwei hin die sich hier unterhalten jo der big boss wandert hier gerade mitten über dem platz die passt jetzt nicht gerade die frau oder er quatscht hier mit dem arbeiter und er kann auch mit zwei entsprechen so er kommt gerade aus einem lkw denke mal dann sollte ich eigentlich schon genug leben jetzt ein wenn denn hier noch den stadtanzeiger vormachen modern davor zack oder stehen hier drauf irgendeine katze irgendeine frau mit silikontitten der papst knutscht irgendwen mcdonalds werbung ja das andere beide kann ich nicht erkennen naja ist ja auch egal so so gut haben wir das auch würde ich sagen machen wir hier wald hin unserem bekannten wald grün und ich da geht nicht da haben wir hier wald sollen die noch gucken was wir hier vorne machen also irgendwie eine graue fläche gefällt mir dann aber auch nicht da müssten wir schon das alles wieder abreißen das graue glaube ich dass ich das jetzt alles so wegkriege das ist die opfer jetzt nicht einmal auf den bahnhof klicke aber dann ist ja nämlich rutsch naja seht's es ist nicht einfach jetzt hier den richtigen punkt zu treffen wo das sein könnte da ich könnte jetzt den trick anwenden aber dann haben wir probleme mit den texturen du kannst jetzt ähm wieder in die höhe bauen mit dem ähm tool also mit dem äh oder du baust in die tiefe und genau da wo diese punkte sitzen ähm wird sich die erde nicht verformen dann kannst du nachher ganz einfach sehen wo die sind versuch's mal wir bauen jetzt hier nach unten so hier vorne ist einer hier oben ist einer da ist einer drauf da ist einer hier jetzt wohl noch keiner doch nicht so jetzt haben wir natürlich das problem ob wir das jetzt wieder so gerade kriegen naja es geht noch aber das mit den schienen aufpassen dass es darunter nicht zu zu hohl wird niedrig so kann man das mal so ein bisschen eingrenzen so sieht man dann ähm am besten wo die dinger sind das ist nicht ganz gereicht ein bisschen weitermachen müssen na doch es geht so wo seid ihr meine freunde ihr müsst alle weichen na komm schon na komm schon so ein kleines bisschen ist das ist nicht schlimm komm schon der letzte so bist du da so da würde ich sagen machen wir hier einmal sand hin setzen dann da die auch ein paar büsche hin vereinzelte das ist nicht zu viel wird so blumenbeete wäre noch mega geil das wäre das wäre richtig cool wenn man so ein paar blumenbeete hätte hier werde ich jetzt überhaupt zwei drei pflanzen hinstellen so gut da würde ich sagen ist doch die ecke auch schon mal schön jetzt haben wir hier wenig grün grünen rasen das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut und ja jetzt gucken wir uns doch nochmal an wie unsere linien funktionieren also was ist mit dem geld los ja na wir machen bloß das liegt aber an einem kleinen trick den ich ähm angewandt habe ich habe mir einige mods vorgenommen und ich habe da in den configs was geändert ich bin ganz ehrlich ich habe die betriebskosten runter gesetzt dass ich äh mehr quasi mehr deko züge habe das sind ja dann quasi fake züge wenn die nur noch tausend tausend euro kosten im monat beziehungsweise im jahr deswegen sind natürlich jetzt die kosten locker um 200 millionen gesunken da war jetzt auch die züge modernisiert alle wieder und ja ich denke mal daran wird das jetzt zum größten teil liegen warum fährt der zug jetzt nicht eigentlich schon los ihr könnt hier locker schon hinfahren welchen gleis kommt der denn so 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 mein freund wirst du eigentlich losfahren können ne gut fährt der los wie sieht es denn allgemein mit unseren gütern aus ganz gut äh dattenberg 34 78 59 57 ok und hier haben wir süte ost 57 55 äh 55 jetzt 13 88 149 ok also die züge haben auf jeden fall auch mal gut was zu fahren wie sieht unsere werken aus 1500 wo ist denn hier los ja mehr kunststoff anzuliefern kurzerweise der ganze kunststoff steht jetzt hier unten wieder da steht viel kunststoff jetzt über kunststoff hätten wir einige noch naja egal passt schon dann unsere chap chap fabrik funktioniert super hat aber komischweise wieder nichts da und wir haben hier 170 getreide knapp gut dann würde ich mal sagen machen wir mal dieses gebiet hier auch noch gerade das gefällt mir nämlich so auch noch nicht hier kommt jetzt auch noch ein bisschen Sand hin hier haben wir Steine ne nächstes ist auch Sand hier hinten ist aber der Eingang da kommt jetzt mit Steine hin wir gehen nach dem Strand lang quasi Strand lassen wir mal so verschwinden und ab hier geht es dann mit Sand weiter so das alles ein bisschen schöner wird hier außen oh genau einen zu viel so wo bist du ja so das kann weg der muss weg die beiden müssen weg dann können wir jetzt hier nämlich könnten wir jetzt hier sind ja warum wir hier oben den Zaun ziehen müssen wir hier im Zaun ziehen immer sagen wir hier mit dem Wald anfangen dann reicht das schon fast brauchen wir dann nicht großartig noch einen Zaun ziehen zack mal hier außen lang so die grünen Flächen hier weg kommen sieht nämlich nicht so schön aus tack die ludmiller zieht zieht einen schweren Zug doch mal ist auch schwer 731 Tonnen das ist schon eine Menge hat es auf jeden Fall gut was zu tun einigermaßen gut beladen ja so müssen wir natürlich dann hier auch noch irgendwas machen natürlich jetzt hier schon das Wasser kommt ja quasi bis vor der Haustür ne wenn wir das denn jetzt am schönsten so so ein bisschen eingrenzen sieht man dann noch so ein bisschen den die Wasserlinie was dann quasi auch die Absperrung sein soll so sieht das schon mal deutlich besser aus dann müssen natürlich jetzt hier auch noch LKWs hin und all sowas ich glaube nicht dass ich jetzt hier nur groß irgendwie das Gelände anpassen kann ja wenn er nur zum negativen hin ich denke bleibt das jetzt erstmal so müssen wir dann mal gucken das werde ich dann aber im Oskill machen irgendwie noch ein paar kleine kleinen hinstellen so wir hatten jetzt letztens unsere andere Linie hier unsere Güterlinie wo sind denn schon wieder die Züge da fährt einer er hat auch noch gut was dabei Finanzen ja los machen sie 37 einer hiervon er nimmt jetzt mal schön alles mit so das ist gut das funktioniert unsere S-Bahn funktioniert das ist läuft wie geht's hier hinten aus Steine sind hier noch einige da ja er produziert ja auch immer noch fleißig der Zug ist fast war nicht mal fast verhaltvoll aber immerhin wo hier noch so viel steht aber das kann er nicht mitnehmen ja und hier oben wird auch gut produziert und da würde ich sagen dass wir in einer der nächsten Folgen jetzt irgendwann langsam mal anfangen unsere neue Linie zu bauen mit unserem TG Hürth mit unserem Zukunft Zug wir sind ja schließlich schon bald im Jahr 2200 angekommen und dann ist es auch langsam mal Zeit hier unsere neue Strecke zu bauen jetzt aber grad noch machen können ist hier einmal das auf dem Vorfeld äh noch irgendwie zu bebauen mit ein paar Wischen oder gibts da von diesem Flughafen ein Set da haste ein paar geile leid und treffe unsere winzer von sowas entstellen nicht massen na gut dann würde ich sagen machen wir hier quasi in diesem bereich nur so klein kam hin steine kommen noch hin und links und rechts daneben wollen wir da so ein bisschen größer auffahren dass dann die flugzeuge auch nicht in die bäume fliegen ist wenn mich ärgerlich gibt es tode und verletzte foto und verletzte wollen wir hier nicht auf unserer bahn wo also die sehr arbeit der zug dass der zug das flugzeug schon so viel an höhe gewonnen wir können ja schon hier quasi fast wo hin bauen aber falls wir mal andersrum fliegen und die im landeanflug sind dann ist das glaube ich ganz angenehm und wir sind ein paar steine hin wenn wir hier so random reinklicken wische man dann da so umsetzen kann so der boden auch nicht ganz so hell aus hier oben geht noch so ein bisschen was hier an der strecke so das lassen wir mal nach der stadt genau wie diesen mittelweg hier könnte man auch wissen was machen aber nicht zu viel so das ist noch bis da gehen wir noch ein bisschen kleinkram zwischensetzen eine strecke lang das ist eigentlich ganz schick aus würde ich sagen setzen wir uns mal hier in unseren zug der kommt gerade genießen einmal die fahrt an dem flughafen vorbei mal gucken was man jetzt eigentlich vom flughafen noch sieht wird es ja schon gut abgeschirmt aber hier vorne müsste sich jetzt ein bisschen lichten ansonsten wendet noch ein bisschen bei wollen wir kommen jedoch gelichtet sich das ein bisschen hier ist offene fläche man sieht links die flugzeug ist gerade gestartet und eine schöne gerade strecke eine der wenigen hier und dann geht es gleich aber im tunnel würde ich sagen sind wir auch schon am ende der heutigen folge angekommen ja in der nächsten fall gucken wir mal ob wir die strecke noch weiter bauen und wenn es euch gefallen hat lasst doch bitte einen daumen und daumen und sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis denn tschüss